Hallöchen! Herzlich Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn! Genau, schön machst das. Wir sind hier im Sonnenfall. Begeben wir uns nun auf die nächste Hauptquest. Und weißt du was, wenn wir schon mal hier sind... Notizbuch, Statistik und Spielabschluss 93,44%. Kann sein, dass wir... Ja, wir sind eigentlich schon so gut wie am Ende fast. Ich weiß nicht, wo die anderen 6% da noch sind. Kann ich euch nicht sagen, aber wir gehen mal hier weiter. Und sind gespannt, was uns da arbeitet. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Ich muss mich verarschen. Hier kann ich runter, ne? Ah, gut. Huiiii. So, gibt's hier noch was... zu looten da ernst? Soll ich da jetzt rüberupfen oder was? Wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Das wollte ich sagen, das habe ich jetzt auch wieder kennengelernt. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Du warst also schon mal hier Sieht so aus So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst Ich habe dir den Weg hinein gezeigt Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst Solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein Keine Ablenkungen Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber Ich werde kein Gejammer tolerieren Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten Das ist jetzt schon wieder die Frage und jetzt kriege ich wieder die Panik Dass ich wieder was vergessen habe So, wir gehen mal hier Ja, wir neigen uns theoretisch dem Ende Von Horizon Zero Dawn Und ich sehe, wir haben hier diesen Händler noch nicht genommen Ich möchte es einfach machen aus vollständigerkeitshalber Ihr könnt ja nach vorne spuren Ach, das ist so bitte Warum sagen die immer sowas? Dann gibt es kein Zurück mehr Jetzt drücke ich mich wieder davor Weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie was verpasse In dem Let's Play Aber wenn wir 93% erst haben Junge, dann müssten ja noch einige Quests offen sein Also so Nebenquests etc Ach, das ist so bitte Das ist so Keine Ahnung Haben wir alle Ruinen jetzt? Ich weiß es nicht Ich kann es doch nicht sagen So, dann gehen wir nochmal hierhin geschwind Eben, dass wir sagen können, wir haben es Aber den hatten wir ja schon mal Genau als wir waren da Kannst du vergessen So Wir gehen hier nochmal Gucken uns nochmal hier um Da haben wir alles geschafft Da haben wir auch alles Hier haben wir alles komplett Jawohl, ja Bandidenlager Sauber So Sonnenfuhren, Jagdgebiet Uns fehlen halt die Dinger noch, ne? Ups, nein Wie kommen wir eigentlich da rüber? Da müssten wir doch theoretisch jetzt auch schon reinkommen, oder nicht? Mann, wieso sagt der so was? Ich finde so was schlimm Ah, Gott, oh Gott Okay, dann gucken wir mal Ich möchte mich jetzt da auch nicht großartig noch lang aufhalten Ich möchte das doch auch eigentlich fertig bekommen Aber uns fehlen halt noch so Sicherungen Eine Sicherung haben Uns fehlen halt noch drei Oder noch zwei Uns fehlen halt noch ein paar So Dann hätte ich gesagt Gehen wir hier nach oben Ach, das war der, ne? Passt das, wenn ich hier entlang gehe? Ne, ich muss da entlang, ne? Ich weiß auch gar nicht Das war ja das eine komische Ich will jetzt hier eigentlich auch nicht mehr großartig kämpfen Das ist eine super coole Wildsau hier Stimmt, ich depperle Hier ging's ja nach oben, genau Oh, okay, dann klettern wir nochmal was Mensch, Silence, ey, wieso sagst du immer so was? Ey, echt Das macht mich wütend, mein Freund Das macht mich so wütend So, hepp Und hepp Und hepp Was macht nur der hier? So, du willst schnitt hören Das ist жизнь Oh Htt Geh! 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 So, mein Freund! Jetzt fehlt da tatsächlich hier noch was. Geh! 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 Jungen, 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 Jungen. So mein Freund. So wenn du die. So Are you still? Have you been southeast? Are you still there? I'm here. So, mein Lieber, was machen wir denn auch hier? Was haben wir denn hier auch? So, das war eigentlich gar nicht geplant. So, mein Lieber Vogel. Was macht eine Maschine wie diese so weit hier? Leute, will mich von irgendetwas abhalten. Ich hoffe, es gibt nur die eine. Das hoffe ich auch. Erst einmal luden hier. Erst einmal gepflegt luden, Freunde. Heilen, das Unkraut, sehr schön. Na, frage ich mich auch. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier nach oben. Sehr schön. Hey, Kumpel. Das war aber das letzte Mal noch nicht da, ne? So. Wir stellen nochmal alles her. Wir haben ja genug. Wir haben ja genug. Wir haben ja genug. So, auf Richtung nächstes. Was? Gut, das kann ich gut gebrauchen. Ist das der nächste Gegner oder bilde ich mir das schon wieder nur ein? Ah, schön. Schneestumm lässt es nach. Ja, Mann. Der Frost lebt auf meinen Wimpern. Ah, Armeeläu hier. So, das können wir natürlich alles. Ich hoffe, wir kommen hier jetzt doch richtig ran. Doch es sieht wieder nicht so aus. Doch es sieht leider wieder nicht danach aus. Ja, abseilen möchte ich mich jetzt eigentlich ungern hier. Ich übersehe doch hier was bestimmt schon wieder. Anders kann ich es mir doch wieder nicht vorstellen da. Ich übersehe doch wieder irgendetwas. Kann ich da rüberspringen? Vermutlich bin ich dann tot, ne? Ach, Junge, Junge, Junge. Das wäre halt die Möglichkeit. Also ich hatte jetzt doch Hoffnung. Komm. Komm, weißt was. Hui. Fahrt ist knapp. Okay. Irgendwie irgendwo. Keine Ahnung. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wie geht es eigentlich auch nur in den sicheren Toten? Warte mal. Wie macht man das jetzt? So, wo waren die jetzt alle hier? Okay, wir müssen hier hin. Dann hatten wir ja hier eine Ruine. Da hatten wir einen Bunker. Dann irgendwo unterwegs hatten wir noch irgendwo einen. Genau, da hatten wir einen Grabort. Und wie komme ich hier rein? Vor allem, was ist das? Wisst ihr was, liebe Freunde? Wir machen hier eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Ich schaue dann doch mal im Internet nach, was das Sache ist. Also, bis gleich! So, Hallöchen, da sind wir wieder herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Quatsch! Wir sind immer noch da. So, Quatsch, vergiss, was ich gesagt habe. Ah, hier haben wir die Ruinen. Ich habe es nicht gefunden. So, um ehrlich zu sein. Ich habe es nicht gefunden, wo wir hin müssen. Aber ich würde gerne nochmal hier hingehen. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nur, dass es eine Quest... Also, ich habe mich nicht gespalten. Aber dazu soll es eine Quest geben. Zu diesem Ding. Also, ich weiß nicht, ob ich die Quest irgendwie verpasst habe bei irgendeiner Gelegenheit. Oder ob es die Hauptquest ist. Ich habe dann schnell weitergedrückt. Auf jeden Fall soll es dann eine Quest geben. Zu diesem Ort, wo wir jetzt gerade eben sind. Und... Ja, kann ich dir aber nicht sagen, ob das jetzt die Hauptquest ist. Oder sonstiges. Müssen wir mal wirklich schauen. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, wir reisen aber jetzt mal deine Zeit. Das war auch schon gleich wieder hier. Na, wir machen heute ein bisschen länger. Bzw. ich mache es ein bisschen länger, weil ich jetzt auch ein bisschen was rausschneiden musste. Ja, locker 5 Minuten. Und deswegen möchte ich nochmal nach unten gehen. Dann irgendwie müssten wir doch... Ups, also das magst du doch nicht weiss, dass wir da jetzt nicht mehr durchkommen. Wo das wacht. Ich frage mich, wieso wir hier nicht mehr durchkommen. So, wo das wacht. Oh Gott. Müssen wir da wirklich erst die Hauptquests gespielt haben? Vor allem ist hier noch ein Weg, ne? Hier hatten wir ja die Ruinen. Ach, das ist halt sehr verzwickt jetzt, ne? Das ist halt echt sehr verzwickt. Ich weiß nicht, ob das hier noch die Hauptquest ist, da nach oben. So, Grapport haben wir ja. So, was haben wir denn hier noch? Der Bunker zu dem Bunker kann ich leider nicht schnell reisen. Wir gehen dann nochmal hier entlang und gucken dann nochmal uns im Bunker schnell um. Und falls wir jetzt da nichts finden irgendwie, keine Ahnung, dann machen wir die Hauptquests einfach weiter. Ganz im Ernst, wenn es dann zu Ende ist, dann ist es halt zu Ende, dann spiele ich das dann nochmal im Nachhinein. Will ich mir dann aber diese Energiezellen fehlen halt, ne? Warte mal, der Bunker ist doch das, wo wir als kleines Kind waren, glaube ich als 4- oder 5-Jährige. War das der? Ich mach mal eine Markierung hin. So, genau. Soll der eigentlich hier sein. Was hat er gemacht? Dann gehen wir nochmal in den Bunker rein. So, irgendwo muss jetzt hier der Eingang sein. Nein, sorry. Wo war die nochmal? Ich bin schon nicht mehr. Ich bin schon nicht mehr gesehen. ich finde schon immer das gleiche der art wie möglich da müsste aber sein muss aber auf die andere seite das ist der punkt ach das ist da wo das okay plan b beziehungsweise nicht plan b sondern die ruinen hat man hier ja hier war ja auch nichts mehr zumindest haben wir hier nichts gefunden nach man da gibt es kein zurück mehr richtig fest freischalten soll ich da noch mal schauen ich weiß es nicht ob ich da jetzt noch mal schauen soll im internet warte mal ich mach mal kurz auf mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz oh es ist das mal weiß es nicht Das ist ja dieses Teil bzw. dieser Ort hat so einen ganz bestimmten Namen. Genau, wisst ihr was, ich bin gleich wieder da, machen hier nochmal einen kleinen, kleinen Cut und ja, eben bis gleich. So, nochmal Hallöchen, herzlich willkommen, bin ich wieder da, ja, wisst ihr was, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, ich habe echt keine Ahnung, deswegen werde ich jetzt doch schweren Herzens den Weg gehen und da einfach die Hauptquests weitermachen. Ich weiß nicht, ob wir dann da nochmal hinkommen, sehr bitter, aber okay, wie gesagt, wir machen jetzt da nochmal eine Schnellreise und wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frische zu Horizon Zero Dawn. Servusler.